Hallo YouTube, in diesem Video will ich mit euch über drei verschiedene Themen sprechen. Zuerst einmal das einfachste Thema, und zwar die momentane Physikreihe, die wir momentan machen auf dem Uni-Physik-Level. Die wird einfach so weiterlaufen, jede Woche weiter. Falls euch das zu wenig Videos sind oder ihr sonstige Kommentare zu der Reihe habt, bitte vergesst nicht, die einfach irgendwo in die Kommentare zu schreiben oder vielleicht in dieses Video zu schreiben, damit ich auch wirklich weiß, dass ihr irgendwelche Probleme habt oder irgendwas nicht mögt oder vielleicht irgendwas mögt, damit ich auch weiterhin den Content produzieren kann, den ihr wirklich mögt. Die anderen beiden Sachen sind interessante neue Sachen. Zum einen will ich einen Metro 2033 Let's Play auf diesen Channel hochladen. Es sind, glaube ich, sieben oder acht Videos, die ich einfach alle nacheinander täglich hochladen werde. Also das wird wahrscheinlich in der nächsten Woche passieren. Ihr könnt mir ja mal Rückmeldung geben, ob ihr das mögt oder nicht mögt, und wir gucken dann weiter. Die letzte Sache, die ich sagen wollte, ist, ich werde versuchen, eine neue Schulreihe anzufangen, in der wir Physik auf dem Schullevel machen. Denn meine erste Physikreihe, die die Physik noch wirklich auf dem Schullevel macht, da gibt es kleine Probleme an vielen Videos, die mir nicht so gefallen. Und es gibt auch das größere, übergreifende Problem, dass ich oftmals sehr langsam spreche und mir sehr viel Zeit lasse, was zum einen gut ist, aber zum anderen auch sehr viele Leute davon abschreckt. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht diese alte Schulphysikreihe nochmal mache und diese Schulphysikreihe nochmal ein bisschen ausbaue. Das Problem, was ich aber dabei gefunden habe, ist, dass eine Schulreihe didaktisch zu planen, verdammt schwierig, ist schwieriger, als ich erwartet hätte. Ich habe hier zum Beispiel ein Video zur Nahrung und Magnete, was eigentlich relativ gut war, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass ich wollte da ganz, ganz, ganz kurz die Maxwell-Gleichung ansprechen. Einfach sagen so, ja, das, was wir bisher gelernt haben, das fassen die Physiker so in eine Maxwell-Gleichung zusammen, oder die Maxwell-Gleichung zusammen. Dann ist mir aber aufgefallen, dass in den Maxwell-Gleichungen sehr seltsame Sachen stehen, wie zum Beispiel sowas wie die Divergenz oder die Rotation und irgendwelche Vektorgrößen, weil in der Schule lernt man die Vektoren ja auch sehr spät, erst in der höheren Mathematik, irgendwann in der 10. oder 11. Klasse oder wo auch immer, wirklich damit zu rechnen, lernt man dann erst. Und deswegen ist mir aufgefallen, dass die Maxwell-Gleichung hier anzuführen, ist vielleicht eine ganz schön verunsichernde Sache für Schüler. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht damit noch ein bisschen warten sollte, solche schwierigen Konzepte einzuführen, auch wenn ich das sehr mag, so ein bisschen den Hintergrund zu etwas zu geben. Aber mir ist dann aufgefallen, dass das didaktisch einfach vielleicht nicht so sinnvoll ist. Und dementsprechend habe ich mir überlegt, dass ich diese Reihe also didaktisch noch ein bisschen besser planen muss. Und das ist also, wo ich auch viel Freizeit reingesteckt habe jetzt in letzter Zeit, einfach zu versuchen, hier die richtige Idee zu finden, wie ich das Ganze weitergeben kann. Das wird nochmal schwer, das kann ich auf jeden Fall sagen. Also das wird mir besonders schwer fallen, weil das meiste hiervon ist für mich fast schon selbstverständlich, aber für Schüler natürlich vollkommen nicht selbstverständlich. Deswegen werde ich mich vielleicht noch stärker an meiner alten Physikreihe orientieren müssen. Und ja, wir werden sehen, wie die Physikreihe hinterher aussieht, die ich hier mache. Und ich hoffe einfach mal, dass sie trotzdem noch didaktisch gut und sinnvoll ist. Das sind alle Ankündigungen. Also ich recap noch einmal. Wir haben die Ankündigung, dass die normale Physikreihe wird einfach so weiterlaufen, jede Woche. Wenn ihr das ändern wollt, dass sie nur jede Woche kommt und die vielleicht häufiger sehen wollt, dann bitte in die Kommentare schreiben. Die zweite Sache ist, es wird ein Metro 2033 Let's Play geben, was in der nächsten Woche herauskommen wird, wahrscheinlich je ein Video pro Tag. Die dritte Sache ist, dass ich versuchen werde, eine Schulreihe irgendwann aufzustellen, aber ich mir momentan von der didaktischen Reihenfolge der verschiedenen Konzepte noch gar nicht sicher bin und dass dementsprechend noch etwas dauern wird. Das sind alle Sachen, die ich besprechen wollte. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Tschüss.